Moin Moin und herzlich Willkommen zurück mein Name ist Thierry und jetzt geht es weiter mit den Fußballmanager 20 und mit den San Moreno Challenge. So in der letzten Folge haben wir gegen Lazio Rom gespielt und tatsächlich 0-0 gespielt trotz Untersaal und einen dubiosen Abstoß vom eigentlich von unserem Torwart aber er hat gegnerisch Torwart gemacht war ein bisschen dubios gewesen ok nehmen wir mal alles um mal hin ja unser nächstes Gegner ist ein Freundschaftsspiel gegen Hellas Veruna am Samstag ok ich habe eben gerade noch ein bisschen Training eingestellt das müsste soweit passen und sonst können wir die erste Mannschaft mal gucken können wir noch einmal mit allen mal ein bisschen sprechen fangen wir von unten an na gut geht noch nicht ok dann gehen wir mal rein in die Woche ja ich starte wieder ein Aufnahmesession mit etlichen Folgen wollte ich jetzt ein bisschen aufnehmen auf meine Liste steht 11 6 6 folgen also werde ich schön machen so weil ich komm essen in sechs tagen kann ich erst wieder aufnehmen von daher machen wir das ja die ersten drei folgen haben ja bei euch gehört gut an das freut mich und von daher machen wir das so weiter ne so wir haben ein Mittelfeldspieler ein Sandro Baldini entdeckt zwei Sterne ist ok ja ja was bist du Kritiker nachtragend auch noch aber für eins treu macht Räume eng du bist hauptsächlich in linken Mittelfeld und auch San Marino also annehmen und wir haben eine neue Partnerin gucken muss gleich mal dann Luciana passen auf mein Geld mein Geld behalte ich wenn du was haben willst musst dafür arbeiten so haben wir das auch geregelt so geht es direkt weiter so ja schon Ende der Woche das klingt ja diesmal recht zügig also wir könnten nochmal gucken an 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 genau den wir gerade hinzugefügt haben dann können wir den gleich mal Mentor aufs Auge drücken ne noch nicht ach erstmal Trainingsziele er ist links link im Mittelfeld könnte es zur Not auch recht im Mittelfeld kannst du das erstmal auch lernen kannst du das erstmal auch lernen wichtig ist für mich Schnelligkeit Dribbling Beweglichkeit Ausdauer ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß die Bewusstseins Balance Apropos Ecken und Freistilte das müssen wir auch gleich noch machen Ballkontrolle lass uns mal ein bisschen Ballkontrolle noch nebenbei machen Schnelligkeit ist mir erstmal nicht so relevant können wir ein bisschen nach unten drehen so Mentor stellen wir natürlich auch ein ja irgendwen zu Rossi zu Rossi zu Rossi war verkehrt warum 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 man weiß es nicht Lombardi jetzt jetzt haben wir es so dann haben wir eine wichtige Nachricht die gucken wir uns auch mal an wieder ein Jugendspiel entdeckt das ist sehr schön ja Verteidiger 23 16 Jahre jung bloß 1,5 Sterne hm der Bruder ist bei uns ne tut mir leid so das sieht schon mal alles gut aus ich bin nochmal überlegen am überlegen Lombi möchte ich gerne behalten drin sehen linke mittelfeld tauschen tauschen wir hier nochmal ne 49 49 hm stimmt den offensiven mittelfeldspieler wollte ich hier aufbauen was ist mit dm was ist mit dm ist nicht alles ganz einfach ne dm dm vernünftigen dm haben wir jetzt hier auch die beine 35 jahre alt gerade überlegen transfer markt aber das bringt uns noch nicht viel Lombi Lombi du kannst nur bei uns mit spiel ok dann geht es direkt hier weiter ähm ja das lassen wir so wie es beim letzten spiel war obwohl wir müssen meine taktik gleich noch was ändern kämpft um jeden ball wieder ein satz möchte ich heute sehen ich möchte nochmal bei taktik etwas nach oben ändern so dann stellt mal eure schuhe wieder zu und dann geht raus mit euch na ja überspringen wir mal ja darf ich bevor ihr los läuft möchte ich hier nur was ändern und zwar team wir gleich klopper pass auf ihn auf so ja dann bin ich mal gespannt hier hab ich euch überhaupt zugeschaltet ja hab ich sehr schön oi was war das denn genau erstmal raus damit ja 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 toilette hat er keine probleme so wohl leider mal abseits aber gut mitgedacht badu ja wie schon gesagt ich erwarte nicht viel und diese freundschaft spiele spaß und freude spielpraxis sammeln gefällige kopfball gewesen so 20 minute ja er ist richtiger eingriff versuch lupi hätte fast das 1 zu 0 machen können genau aus damit galoppa und das 1 zu 0 für hellas verona ja keine chance keine chance war klar ja 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 idee war gut der volley kopfball erst mal raus lupi verliert wieder eine gefährliche aktion von stepp inski dann haben wir gleich noch halbzeit da haben wir es einmal zeit auswechseln tue ich noch nicht nee das werde ich nicht sagen ja machen wir das macht das so wie wir das einstudiert haben apropos ein masseur wollten wir uns auch noch anschaffen können wir gleich mal machen was sag ich jetzt notenmäßig einmal motivieren 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 ich einmal loben den möchte ich einmal loben gut dann habe ich das auch schon mal geregelt das haben wir gemacht das haben wir gemacht und dann geht es weiter auswechseln werde ich es noch nicht tun silvestri fängt sicher ja 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 und genau sterbinski das war klar hat er keine schwierigkeiten einfach mit dem kopf 2 zu 0 ich muss ich den defensiven mittelfeldspieler noch etwas zurückziehen werde ich auch machen den hier ein bisschen weiter zurückziehen taktik lauf wegen auch mit hier unten machen wir natürlich jetzt eine kleine lücke und die lücke machen wir jetzt wieder ein bisschen abseits sehr gut gemacht wesley sowas macht man nicht tuttino hat da leichte schwierigkeiten tuttino wird jetzt auch gleich ausgewechselt das können wir eigentlich auch gleich machen martin benardo möchte ich gerne einmal sehen ihn einmal auswechseln ihn einmal auswechseln auswechseln und lubi vielen dank für deinen einsatz die annahme war schlecht lubi badu velosa velosa nein und elf meter das hätte ich jetzt nicht sein gemusst alter barney versucht es aber silvestri hat er keine schwierigkeiten selbst GIS he Cook genau einsatz ihr könnt das das weiß ich Torwart, kommst du nicht raus. Okay, 3 Minuten Nachspielzeit, aber das war nix. Okay, 3 zu 0, leider verloren. Wir haben nicht mal einen Schuss aufs Tor gemacht. Okay, gut, dann haben wir das auch geregelt. Jetzt steht Trainingslager offen. Wo legen wir jetzt im Fokus? Ich würde mal sagen, eher ein bisschen Fitness und Taktik. Flanken, 3 Punkte. Fitness mache ich hier noch ein bisschen, ein bisschen individuell. Nehmen wir mal einen zurück. Ich sehe gerade nur einen mit Teamwork. Ne, machen wir zwei. Konter, Flanken. Obwohl Flanken. Freistöße. So. Apropos Freistöße. Jetzt werden wir mal auf die Aufgaben gehen. Einmal hier ein Häkchen reinmachen. Das war gekonnt gerade. So. Und Masseur wollte ich. Ich habe gerade überlegt, was war das, was ich noch machen wollte. Eigentlich wollte ich nach einem Masseur gucken. Suchen wir mal. Wir haben ein 35 Stärke. Vierer Talent, der ist zwölf Jahre jünger und hat zwei schwächer als der andere. Dann unterbreiten wir mal ein. Wenn wir ihn jetzt entlassen, ist gewagt. Machen wir mal. Machen wir auch bis 22. 15. Ich hoffe, der kommt ganz schnell zu uns. Apropos Aufgaben übernehmen. Nix übernehmen. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Die Jugendmannschaft macht der Jugendtrainer. Wechselt im Spiel aus. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Na gut, mache ich alles. Gut, haben wir das auch geregelt. So ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mal eine Bewertung da. Und einen Kommentar. Da würde ich mich sehr zurück freuen. Jo. In der nächsten Folge geht es dann gegen unser letztes Spiel gegen Inter Mailand. Jo. Und dann geht es dann los. Mit dem Cup. S-Sonne. Obwohl, hier könnten wir auch noch ein Freundschaftsspiel planen. FC Empoli. Ist das diese Empoli von FC Corner? Muss ich kurz einmal gucken. Serie B. Haben die neuen Logo. Wappen. Scheinsteuer. Ja, das machen wir doch erstmal hier. SC Empoli. Ähm. Freundschaftsspiele. Kein. Aber. Gefällt mir. So. Jetzt hau ich ab. Jetzt beende ich die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lass meine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Viel Spaß auf meinem Kanal. Jetzt bin ich Bibi weg. Und Tschüssi. 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 Tschüssi.